Servus Wout! Und, bereit für deinen ersten Tag? Absolut, auf geht's! Ich freue mich natürlich. Die letzten Tage war ein bisschen viel und Stress. Aber jetzt ist endlich alles durch. Ich freue mich und habe einfach Bock drauf. Wie ist es, jetzt noch einen Stürmer zu haben, der auf Augenhöhe mit dir unterwegs ist? Schon gut, oder? Die Mannschaft, ja, ich fühle mich halt willkommen. Nicht nur die Mannschaft, aber der ganze Klub. Das gibt halt ein sehr angenehmes und gutes Gefühl. Klar, Bock drauf. Und wir haben da genug Erinnerungen, um eine Super-Saison zu spielen. Und das ist, denke ich, unsere und sicher auch meine Ziel, um einfach extrem vorbei zu sein. Ich war überhaupt noch sehr am Ende. Contact, contact! Okay! Und? Und wir sind rechts und hier. Ich würde mein Bestes geben, ich würde mir alles geben für den TSG in der Halbfjörsruppe, um eine extrem gute Saison zu haben. Klar, Tore, dafür stehe ich natürlich auf dem Platz, das ist natürlich auch ganz klar. Und weiterhin, ja, Leidenschaft, Erfahrung, wo ich gespielt habe. Ja, einfach ich zu sein und versuchen, jedem Einzelnen zu helfen und zusammen etwas zu erhalten.